Ich habe noch nie so viel Freude gehabt, ein Spiel zu installieren. Deshalb Daumen nach oben für diese Erfahrung. Falsche Erwartungen, diese Erwartungen, diese hochgesetzten Erwartungen haben wir oft an Gott. Wir haben sie aneinander, wir haben sie in den Ehen ganz oft. Deshalb haben wir oft Konflikte, wir haben sie an Arbeitskollegen, wir haben sie an den Weihnachtsmarkt gehabt, wir haben an das Miteinander, das Zusammenarbeiten im Weihnachtsmarkt gehabt oder generell in der Gemeinde und so. Und solche Dinge passieren immer wieder in unserem Leben. Und dann führt das immer zu den Enttäuschungen. Und damit müssen wir klarkommen. Das ist schwierig. Wie kommen wir mit diesen Enttäuschungen klar? Und ich habe gedacht, irgendwie gibt es ja auch nicht so viele Bibelstellen, die so vor der Geburt Jesu da sind. Aber eine Stelle möchte ich mit euch lesen. Ich bin mir nicht so sicher, ob das für heute dran ist oder nicht, aber ich mache jetzt mal den mutigen Schritt und wir lesen mal den Text und hören, was so der Text uns zu sagen hat. Ich lese vor aus Lukas Kapitel 1, Vers 26. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt. Zu einer Jungfrau, die einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, Begnadete. Der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria. Denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit. Und sein Königtum wird kein Ende sein. Maria aber sprach zu dem Engel, wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen. Und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter. Und dies ist der sechste Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Es geschehe mir nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Ich heiße es Magd, also eine Dienerin. Ich bin deine Dienerin und mir geschehe nach deinem Wort. Und dieser Vers zum Schluss, mir geschehe nach deinem Wort. Irgendwie ist das so für mich auch so ein bisschen die Anleitung, Anleitung für die Weihnachtszeit. So fing das Ganze an. Da war eine junge Frau und Gott hat irgendwo gefühlt einen Strich durch ihre Rechnung gemacht, durch ihre Pläne gemacht. Sie war verlobt und plötzlich kommt sie an mit einer Schwangerschaft. In der damaligen Zeit total verpönt, in einigen Kulturen, wenn eine Frau vorjährig schwanger wird, bis heute noch, ist sie in Lebensgefahr. Es kann sein, dass sie ermordet oder getötet wird. Judentum war ein bisschen ähnlich in diesem Fall. Vielleicht nicht ganz so extrem, aber es war schon ein hochsensibles Thema. Und auch wie Gott auch handelt, auch seine Wege sind auch nicht so, wie wir uns vorstellen, so wie wir es auch bei den Weisen aus dem Morgenland gesehen haben. Die sind nach Jerusalem rein und die haben dann den König, diesen versprochenen Messias, haben sie in dem Tempel gesucht. Da wurde er oder bei dem König gesucht, am Königshaus haben sie ihn gesucht. Schriftgelehrten wurden hinzugezogen, wo wurde er denn geboren? Und dann irgendwie haben sie rausgefunden in Bethlehem, in irgendeiner kleinen, winzigen, unbedeutenden Stadt. Und was mich hier an dieser Frau einfach verwundert, dass sie halt dann sagt, Herr, es geschehe mir nach deinem Wort. Es geschehe mir nach deinem Willen. Ganz oft sind wir am Kämpfen. Ganz oft kommen Lebenssituationen bei uns hinein. Keine schöne Lebenssituationen. Wenn wir sogar bei Maria weiterschauen. Sie sagt, Herr, es geschehe mir, wie du gesagt hast. Und was passiert dann weiter? Was passiert in den nächsten Zeiten? Sie sind unterwegs und dann genau in diesem Zeitpunkt, wo sie hochschwanger ist, wird eine Volkszählung ausgerufen. Man denkt doch jetzt, Herr, jetzt hast du schon mir, den Messias, hier in meinen Bauch hineingepflanzt. Ich bin doch hier die gesalbte Frau, die gesegnete, die begnadigte Frau. Und jetzt laufen sie durch die Gegend und sie ziehen zu dieser Stadt hin, nach Bethlehem. Und sie versuchen jetzt einen Ort zu finden, wo sie übernachten kann. Und die Herbergen sind alle ausgebucht. Und in solchen Momenten, glaube ich, kommen wir an den Punkt, wo wir fragen her, bist du noch in Kontrolle? Hast du noch alles im Griff? Und dann klingeln sie sich durch und können keinen Platz finden. Am Ende landen sie in einem Stall und das Kind wird in eine Futterkrippe gelegt. Weißt du, da können noch viele Fragen aufkommen. Warum konnte diese Volkszählung nicht irgendwie früher kommen oder her? Warum hätte sie nicht verschieben können? Dann ein bisschen später, nachdem das Kind ein bisschen groß geworden ist, dann kommen die Waisen aus dem Morgenland und dann ist das Kind auch noch in Lebensgefahr und die Familie muss fliehen und sie muss weg. Die hauen ab nach Ägypten, weil Herodes jetzt alle Kinder umbringen möchte. Und wenn wir auch uns andere Geschichten nehmen, den Paulus, der ein Mann Gottes ist, der mächtig und gesalbt ist. Und wir denken, bei so einem Menschen, da geht es doch einfach nur alles perfekt und geradeaus. Und das läuft alles bestens. Dann lesen wir, wie er auf Flüssen in Gefahr war, wie er mit der Absicht, das Evangelium zu verkündigen, wie er unter Räuber gekommen ist, wie er von seinem eigenen Volk bedroht worden ist, wie er in Gefängnissen war, wie er geschlagen worden ist, wie er gesteinigt worden ist, wie er Seenot litt. Und ich finde das sehr, sehr spannend, weil irgendwie, wo ist Gott in der ganzen Geschichte? Was macht Gott eigentlich in diesem Moment? Oder ich gestern, ja, natürlich in einer riesigen Not gewesen, ja. Ich habe mehrere Stunden mein Bett gelegen, konnte die Augen nicht zumachen, warum auch immer. Mir geht es gut, aber ich konnte nicht schlafen. Herr, wo bist du? Und Frust stieg in mir auf. Und so erleben wir es auch in unserem Leben. Plötzlich bin ich krank. Plötzlich gibt es Situationen in meinem Leben, die irgendwie kompliziert sind. Plötzlich habe ich, irgendwie läuft die Ehe auch nicht so, wie ich es geplant habe und gewollt habe. Und wie gehen wir mit diesen Situationen um? Und die Maria war fähig in solch einer Situation, also einer außerplanmäßigen Situation, nicht einer idealen, wunderschönen Situation, konnte sie sagen, Herr, mir geschehe nach deinem Wille. Wir kämpfen ganz oft gegen diese ganzen Situationen an und uns fällt es schwer, Herr, das Ganze aus der Hand Gottes nehmen. Wie der Hiob auch gesagt hat, der Herr hat es gegeben, er hat es auch genommen. Er konnte loslassen. Er konnte den Zustand von Gott aus akzeptieren. Statt mich zu beschweren nachts, dass ich nicht schlafen kann, kann ich das Ganze auch umdrehen und sagen, Herr, danke. Danke, Herr, du hast in dem ganzen Chaos, führst du mein Leben. Auch wenn ich todmüde bin, Herr, du bist in meinem Leben da. Herr, auch jetzt, wo meine Ehe chaotisch ist, Herr, du bist in meinem Leben da. Oder wenn wir vielleicht für so einen Weihnachtsmarkt organisieren und Dinge laufen nicht so, wie sie 100% laufen sollen, dieses Idealistische. Aber in dem Ganzen ist der Herr da. Es gibt einen Vers in der Bibel, über den habe ich oft nachgedacht. Da heißt es so, ich habe den auch lange nicht verstanden. Da heißt es, keine Ahnung, Sperlinge werden dafür zwei Pfennige oder so verkauft und keiner von denen fällt tot um, ohne den Willen des Herrn. Das heißt, Sperlinge, die werden verkauft. Also keiner noch auf dem Flohmarkt oder was weiß ich, Zooladen oder damals im Judentum auf dem Markt. Sie werden gehandelt. Das heißt, Menschen haben Macht über diese Sperlinge, über diese Vögel. Und die Sperlinge sind eigentlich gar nicht mehr in Kontrolle von ihrem Leben. Und sie werden sogar für Geld, für Materialismus einfach weiterverkauft. Und dann sitzen sie halt in einem Käfig, in einem Vogelkäfig. Und es scheint so, als ob die Vögel nicht in Kontrolle sind von ihrem Leben. Und dann sagt Gott diesen Vers, er sagt, nicht einer von denen fällt runter auf den Boden, stirbt, ohne dass es Gott will. Das heißt, Jesus sagt hier, obwohl die Sperlinge machtlos sind oder in einem Machtbereich von anderen sind, obwohl die Situation über sie hinaus wächst und sie kontrolliert, trotzdem ist Gott in Kontrolle in diesem Zustand. Auch als Maria unterwegs war und als sie keine Herberge finden konnten und auch als die Verfolgung, obwohl das für uns so schwer zu verstehen ist, aber Gott ist in Kontrolle in diesen Momenten. Und ich glaube, dass wir ganz oft nicht nur beten sollen, Herr, verändere oder errette oder tu dies und das und so weiter. Ich glaube, manchmal müssen wir einfach auch beten, Herr, es geschehe mir nach deinem Wort und nach deinem Willen in meinem Leben. Und das hat hier die Maria gebetet und wir hören immer so eigentlich Gott, den Vater und Jesus, da liegt immer so der Fokus. Und ich dachte, es gibt auch eine ähnliche Situation, wo der Sohn der Maria, der Jesus, unser Messias, Erretter, auch ähnlich gebetet hat. Ich weiß nicht genau, vielleicht ist das etwas, was von der Mutter in Jesus irgendwie auch wiederzufinden ist. Als er dann im Garten Gethsemane war und sagte, wo alles nicht so eigentlich in unseren Augen planmäßig verläuft oder in den Augen der Jünger nicht planmäßig verläuft. Sie haben gedacht, das wird der Messias sein, das wird der, der uns vor der römischen Macht frei macht. Und jetzt ist er in Todesangst und in Lebensgefahr. Und dann betete er dort, Vater, lass diesen Kerl vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dein Wille geschehe. Ähnlich wie die Mutter, wie die Maria auch. Also interessant, Gott sucht sich hier nicht auch irgendjemand aus dem Tempel raus, irgendeine Frau vom Hohenpriester, sondern einfach eine normale, einfache Frau. Und irgendwie, glaube ich, ist das, was wir auch in dieser Welt, in dieser Zeit ein Stückchen lernen müssen, die Kontrolle abzugeben. Das Kontrollbewusstsein loszulassen, irgendwie zu sagen, Herr, du bist in, du bist, du bist, du hast die Kontrolle über mein Leben. Hey, ich vertraue dir jetzt in diesen Momenten. Und statt zu klagen und zu schreien, zu Gott zu sagen, Gott, ich vertraue dir jetzt in dieser Zeit, in diesem Moment. Ja, ich habe keinen Job, ich habe, finanziell bin ich wirklich knapp dran und, aber ich vertraue dir, Herr. Ich habe einen Freund, der gerade in einer sehr schwierigen Situation eigentlich ist und ich staune immer, wieder, wirklich, das ist für mich so ein Vorbild, so eine Ermutigung. Ich habe nichts, ich habe für diesen Monat kein Geld, aber der Herr wird schon führen. Ich vertraue ihm, er wird das machen. Manchmal gibt es Tiefen und Höhen, aber ich vertraue ihm. Guck mal, er hat mich schon zwei Jahre lang so durchgeführt, das ist so ein schönes Vorbild, die Vergangenheit zu nehmen und sie als Stärke für die Zukunft zu benutzen. Wenn der Herr da geführt hat, wird er auch hier führen. Ich meine, am Ende wird alles gut, wenn wir am Ende in der Ewigkeit sind, wenn wir am Ende bei Gott sind, aber auf dem Weg dahin müssen wir durch manch eine Bedrängnis durchgehen und das gehört zum Plan und zum Willen Gottes dazu. Es gibt Menschen, die vielleicht jetzt gerade in dieser Zeit, wir haben vorhin gehört, es geht um Warten, aber wir haben auch eine hohe Erwartungshaltung in dieser Zeit. Weihnachten muss perfekt sein, Weihnachten muss Familie sein, muss Harmonie sein und wir ermüden uns auch mit diesem Druck, aber was ist, wenn wir einfach mal das annehmen, was Gott uns gegeben hat, dass Gott aus dem Ganzen das Beste machen kann und ich möchte noch deshalb heute ganz kurz, nicht lang, noch einen Psalm lesen mit euch und zwar den Psalm 42, der mir heute auch irgendwie zugesprochen hat, weil hier ist, der Psalmist befindet sich in einer ähnlichen Situation, Gott, wo bist du eigentlich und wie er dann damit umgeht und wie er dann ins Gebet geht und wie er dann, ja, wie er sich verhält und das möchte ich gerne mit euch lesen. Also es heißt in Vers 4 am Ende, wo ist dein Gott? Das ist die Situation, in der er sich befindet. Die Feinde umherum sammeln sich um ihn und schreien, wo ist dein Gott? Und wisst ihr was, diese Feinde müssen ja nicht Menschen sein, die gegen uns gesinnt sind, wir können auch in unserem Kopf, wir haben ja ein ganzes Team in unserem Kopf, in unserem Herzen sitzen, die miteinander diskutieren und reden und dann kann es sein, dass du plötzlich einen Gedanken hast und der Gedanke sagt dir, ja, wo ist dein Gott in dieser Situation? Für mich ist es banal gesprochen, wo ist dein Gott, Michael, in dem Moment, wo du nicht schlafen kannst? Das ist eine Kleinigkeit. Wo ist dein Gott? Wo ist dein Gott jetzt in deiner Situation? Wo ist dieser Gott, auf den wir warten? Und er betet hier folgendermaßen, in solch einer Situation, da wo wir meistens enttäuscht sind oder von Gott weg sind oder weinen oder mit ihm nichts zu tun haben wollen, in den Zeiten, wo es nicht so gut läuft, reagiert dieser Psalmist ganz anders entgegensetzt. Er sagt hier in Vers 2, wie eine Hirschkuh, lächzt nach Wasser Bächen, so lächzt meine Seele nach dir, Gott. Lächzen, tiefes, starkes Verlangen. Gerade in diesen Schwierigkeiten, gerade da, wo es mir alles zu viel wird, gerade da, wo ich die Kontrolle verliere, gerade da, wo ich mich wie so ein Sperling in so einem Käfig fühle und dass Menschen über mich Macht haben, Situationen Macht haben über mich, gerade in dieser Situation. Lächzt meine Seele nach dir. Verlangt meine Seele nach dir. Mein Gott, meine Seele, dieses Ding, was wir so oft verachten, das Ding, was in uns drin steckt. Wir hören so oft auf die Begierden unseres Fleisches und wir denken, essen, trinken und schlafen und was weiß ich, Fernseher, Film und TikTok und was weiß ich und so weiter. Aber die Seele, was braucht unsere Seele? Die Seele hat ein Verlangen nach Gott. Das hat die Maria auch erkannt. Mir geschehe, wie du gesprochen hast. Es ist mein Hunger, es ist mein Hunger, deinen Willen zu tun, obwohl es mich ein Missstände, bedeutet. Wir warten auf Weihnachten und freuen uns auf das schöne Ideale. Aber können wir auch das vielleicht nicht so Ideale annehmen, auch von Gott und uns freuen und dankbar sein? In Vers 3, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Hier nochmal diese Unterstreichung. Meine Seele dürstet nach Gott, dem lebendigen Gott. Wir haben viele Götter in unserem Leben, ohne es zu merken. Und wir verkaufen unsere Seele an diese Götter. Aber es ist nicht der lebendige Gott, es sind Götzen. Diese Götzen machen uns abhängig. Diese Götzen zerstören uns. Sie führen uns nicht. Sie leiten uns nicht. Sie unterhalten uns ein bisschen. Aber hier unsere Seele und die Seele eines jeden Menschen, all die Menschen, die dieses Spiel gekauft haben und dann bitter enttäuscht waren und diese Kommentare geschrieben haben, das ist nichts anderes als ein Lechzen nach dem lebendigen Gott. Man projiziert diese Sachen auf Spiel, auf Alkohol, auf Handy, auf Medien, auf was weiß ich. Aber in Wahrheit ist es ein Lechzen, ein Verlangen nach Gott. Und das ist das, was ich mir auch für diese Weihnachtszeit auch wünsche von uns allen. Und auch, dass wir nicht nur dieses Ideale haben, sondern dass wir das Bedürfnis der Seele erkennen. Ich lechze nach Gott. Ich habe ein Verlangen nach Gott. Und dann hier die Frage, wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Hier ist auch eine Erwartungshaltung. Wann kann ich endlich vor Gott kommen? Ich dachte, hä, wo ist dein Problem? Mach doch die Augen zu und komm vor Gott, habe ich gedacht. Aber wahrscheinlich hat dieser Mensch hier gedacht, wann kann ich in den Tempel Gottes? Er war getrennt von dem Tempel Gottes. Und für ihn bedeutet das, wenn ich in die Kirche gehe, wenn ich in den Tempel gehe, wenn ich in die Gemeinschaft gehe mit Gott, das ist das, was ich haben möchte. Und wann werde ich endlich da sein? Weißt du genau, ob wir diese Gefühle kennen? Wann werde ich eigentlich am Sonntag im Gottesdienst sein? Keine Ahnung, schon wieder Gottesdienst. Aber vielleicht in schwierigen Situationen, das Verlangen, mit diesem Gott zu sein. Und dann guck mal, wie er noch weiter reagiert hier. Meine Tränen sind mein Brot geworden, Tag und Nacht. Das ist sein Zustand. Das ist ein Mann Gottes hier, der unterwegs ist. Und sein Zustand ist, meine Tränen sind mein Brot geworden, Tag und Nacht. Das esse ich. Das ist meine Speise. Den ganzen Tag zu mir. Wo ist dein Gott? Meine Tränen sind mein Brot geworden, Tag und Nacht. Da man den ganzen Tag zu mir sagt, wo ist dein Gott? Das bringt ihm zum Weinen. Das bringt ihm zum Weinen, dass er gerade eine Situation hat und er scheint so, dass Gott nicht mit ihm ist. Und die Menschen, die Feinde machen sich lustig über ihn. Genauso wie die Stimmen in unserem Kopf manchmal, die sagen, wo ist dein Gott? Und wir gehen ja mit solchen Zeiten um, wo es nicht so ideal läuft. Was machen wir damit? Und dann sagt er hier in Vers 5, daran will ich denken, daran will ich denken und vor mir ausschütten, meine Seele. Wie ich einen Herzog in der Schar, also in der Menge, sie führte zum Hause Gottes, mit Klang des Jubels und Dankens, ein feierlicher Aufzug. Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir? Das ist das, hier ist wirklich ein wichtiges Geheimnis für uns Menschen. Nicht nur andere können mich ermutigen. Auch dieses Team in meinem Kopf, in meinem Herzen, was da sitzt, kann mich auch ermutigen, kann meine Seele ermutigen. Ja, es gibt hier manchmal mehrere Stimmen in uns drin und hier ist eine Stimme und die andere Stimme spricht zu ihm. Er spricht zu dich selber. Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir? Vielleicht ist es Zeit, dran in deinem Leben zu sagen, meine Seele, was bist du denn so verzweifelt? Meine Seele, was bist du denn so kleingläubig gerade in dieser Zeit? Meine Seele, sprich mit deiner Seele, red zu deiner Seele, sprich ihr zu. Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir? Vertraue auf Gott. Er spricht sich selber zu. Vertraue auf Gott. Wir lernen hier durch diesen Psalmist, eine Lösung zu haben, wie wir in solchen Zeiten umgehen können, wo es nicht gelöst ist, wo es noch kein Happy End gibt. Sprichst du dir selber? Habe auf Gott. Michael, warum bist du des Nachts so verzweifelt? Geht die Welt gerade unter? Meine Güte, du kannst ein bisschen nicht schlafen, schon bist du hier im großen Dilemma. Meine Seele, was bist du so aufgelöst? Vertraue auf den Herrn. Und dann ist es wirklich gut an dieser Stelle, wenn wir das Wort Gottes kennen und uns das Wort Gottes selber zusprechen können. Wie wir sagen, dass wir Gott in Geist und Wahrheit anbeten sollen. Nicht nur Gefühle. Gefühle betrügen uns so oft, belügen uns so oft, aber in Geist und Wahrheit uns selbst, zu uns selbst beten, mit uns sprechen. Wie der Herr gesagt hat, bei dem Herrn ist nichts unmöglich. Du hast einen Berg vor dir. Sprich deine Seele zu. Bei dem Herrn ist nichts unmöglich. Meine Seele, hörst du das nicht? Bei dem Herrn ist nichts unmöglich. Michael, glaubst du überhaupt? Vertraust du überhaupt? Diese Dialoge sind so wichtig. Vertraue auf Gott, dann werde ich ihn noch preisen für das Heil seines Angesichts. Das heißt, er spricht sich schon zu. Er sagt hier, er spricht sich selbst etwas zu und dann sagt, und dann werde ich in der Zukunft. Das heißt, er bleibt nicht in der Hoffnungslosigkeit. Oh nein, alles wird untergehen, alles wird schlimm sein. Auch wenn ich jetzt keinen Durchblick habe, aber du wirst mich da durchführen und ich werde dich preisen. Und darauf freue ich mich schon. Das spricht er seiner Seele zu. Mein Gott, aufgelöst in mir, ist meine Seele. Vers 7. Darum denke ich an dich aus dem Land des Jordan und des Hermann vom Berg Missa. Flut ruft der Flut zu, beim Brausen deiner Wassergüsse. Alle deine Wogen und deine Wellen sind über mich hingegangen. Des Tages wird der Herr seine Gnade aufbieten und des Nachts wird sein Lied bei mir sein. Ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Sagen will ich zu meinem Gott, Fels. Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd einhergehen, bedrückt durch den Feind? Also jetzt hier im Dialog. Wie Mord in meinen Gebeinen höhen mich meine Bedränger, indem sie den ganzen Tag zu mir sagen, wo ist dein Gott? Das ist so nicht einfach. Eine Situation, wo Menschen oder deine Gedanken dich bedrängen. Wo ist dein Gott in deiner Situation? Und dann wieder in Vers 12. Was bist du so aufgelöst, meine Seele? Was stöhnst du in mir? Vertraue auf Gott. Er spritzt sich das selber zu. Vertraue auf Gott. Denn ich werde ihn noch preisen, den Heil, den Erretter meines Angesichts und meinen Gott. Das müssen wir üben, das müssen wir lernen, in solchen Zeiten zu praktizieren. Ich weiß nicht genau, wie es Maria ging, als Maria dann plötzlich dann an der Herberge war und einen Platz haben wollte. Wie ging es ihr? Was hat sie zu sich selbst gesagt? Ich weiß nicht, hat sie geschrien, war sie verzweifelt, haben sie gebetet oder haben sie gesagt, Herr, du hast gesagt, dass ich deinen Sohn in mir tragen werde. Und wenn du ihn mir gegeben hast, dann werde ich dir vertrauen. Meine Seele sei ruhig. Meine Seele vertraue dem Herrn. Das ist eine geistig wichtige, seelsorgerliche Übung für uns selbst. Wenn deine Ehe schlecht läuft und du hast keinen, mit dem du reden kannst, dann sprich dir selber zu. Ich werde auf den Herrn vertrauen und du, Herr, du wirst der Retter meines Angesichts sein. Du bist mein Heil. Du wirst mich führen und du wirst mich leiten. Vielleicht wirst du Weihnachten alleine verbringen. Vielleicht hast du niemanden, mit dem du, vielleicht hast du keine Familie um dich herum. Auch in diesen Zeiten, du hast immer noch dich selber und Gott und kannst dir selbst zusprechen. Ich kann mit meinem Gott auch Weihnachten, gute Gemeinschaft und gute Zeit haben. Wie gehst du um mit deinen Schwierigkeiten? Beschwerst du dich gegen Gott? Schreist du gegen Gott? Verzweifelst du an Gott? Wie ich heute nach, heute nach war ich ein bisschen verzweifelt. So, der Herr, das kann doch nicht sein. Ich will schlafen. Ich bin müde. Ich habe gestern den ganzen Tag hier, war ich hier unterwegs. Und jetzt kann ich nicht schlafen. Wie geht das? Ich muss doch todmüde sein. Deshalb, mir geschehe, Herr, nach deinem Willen. Und, meine Seele, was bist du so aufgelöst? Vertraue auf den Herrn. Lass uns diese Übung wirklich fleißig und aktiv üben in unserem Alltagsleben. Mit dem Wort Gottes und selbst das zusprechen. Gerade jetzt auch in vielleicht deiner Situation, in der du dich befindest. Deiner Kraftlosigkeit, in der Schwachheit, deinem Gottverlassenheitsgefühl. Vertraue Gott und er wird dich führen. Es wird eine Zeit kommen, wo du ihn preisen wirst, in deiner Not und in deiner Schwierigkeit. Das wünsche ich uns, dass wir eine Sehnsucht haben, ein Verlangen haben nach Jesus, eine Sehnsucht haben nach der Gegenwart Gottes, gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit. Dass wir uns freischaufeln können von all den großen und hohen Erwartungen, die uns am Ende vielleicht noch enttäuschen. Aber Jesus wird uns nie enttäuschen. Er wird unserer Seelennot begegnen. Er wird uns trösten und Kraft geben, gerade in dieser finsteren und dunklen Zeit. Ja, das möchte ich euch zusprechen. Gottes Segen. Besonders ich möchte mich jetzt auch hier verabschieden auch noch von euch. Wir fliegen jetzt am Dienstag nach Australien und sind jetzt fünf Wochen dort unterwegs. ja, wir werden euch auf jeden Fall verabschieden.